hallo zusammen hallo freunde ich möchte heute das bild mit euch machen und zwar mit harz überziehen bisschen zum rahmen und ich hoffe es spiegelt nicht so arg das möchte ich mit euch machen ich habe mir lange überlegt ob ich es komplett euch zeige das heißt ich habe eigentlich alles erklärt das ging ja über wochen weil das harz immer wieder aushärten musste noch vielleicht etwas abschleifen dann noch mal eine schicht drauf da habe ich eine kurzform gemacht ich habe es ein bisschen beschrieben mit texte weil sonst guckt es wahrscheinlich keiner an wenn das über zwei stunden ginge schnelldurchlauf falls ihr fragen dazu habt gerne melden ich werde auch noch mal ein video bringen wo man ein bisschen besser erklärt ist wie man das harz genau anrührt was zu beachten ist also für die wo mit harz arbeiten möchten dann lasst uns starten ich hoffe euch gefällt dann bis gleich so 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 and so so Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018